Das Örtchen Bansko in Mecklenburg-Vorpommern, wenige Kilometer von Schwerin entfernt. Hier ist es eher ruhig und idyllisch mit dem Störkanal und seiner Brücke, einer Kirche und der Kartoffelmaus. Wahrzeichen des Ortes ist die Holländer Mühle. Hier befindet sich auch unser Partnerhotel, das Ferienhotel Lewitz Mühle. In der reetgedeckten Mühle aus dem Jahr 1874 können Sie leckere Gerichte und kühle Getränke genießen, denn sie dient heute als Restaurant des Hotels. Beliebt ist auch der Biergarten neben der Mühle. Im Neubau des Hotels befindet sich das Schwimmbad und die Zimmer, umgeben von jeder Menge Natur. Für einen kurzen Ausflug eignet sich das nahegelegene Jagdschloss Friedrichsmoor als Ziel. Hier kann man in uriger Atmosphäre einen Kaffee trinken oder etwas essen. Ein etwas größeres und bekannteres Schloss befindet sich nur ca. 15 Kilometer von ihrem Hotel entfernt. Das Schloss in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Das Schweriner Schloss. Neuschwanstein des Nordens. So wird das auf einer Insel im Zentrum gelegene Schloss auch genannt. Es ist Sitz des Landtages. Und nachdem Sie das Schloss und das bunte Treiben in Schwerin erlebt haben, können Sie wieder die Ruhe in Bansko gemeinsam mit der Kartoffelmaus genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017